Feuer mit dem Feuer können wir den Eisblock schmelzen, der dahinter ist, aber wir können auf Feuer nicht löschen. Das ist natürlich doof, ne? Aber hier geht es ein rum. Da haben wir auch Wasser. Immer noch mal danke. Mit dem eigentlich auch nicht. Das ist eine brennende Plattform. Achso. Hier unten? Aber hier geht es noch mal hin. Aber hier sind wir einfach mal schnell. Danke. Danke bitte. Ich bin schlag. Das Wasser drunter. Ich bitte. Das war ja ganz klar. Nein. Nein, bitte bescheuert. Ah, bin nicht doof. Ich bin noch so doof. Ja, das Wasser drin. Ich wundere mich noch worum, ne? Oh, Mann, 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 wie blöd kann man sein, wie blöd kann man sein. Was passiert jetzt? Bleibst du offen? Du bleibst du offen. Du bleibst du offen. Das Wasser. Und ich würde mal auf, wenn ich die Fliegeviecher mit Wasser treffen kann. Denn das was macht. Ja. Auch genau so schadend. Das ist doch mal angekommen. Ich dachte, da geht es irgendwo hoch. Ich dachte, da geht es irgendwo hoch. Wie ist die Fliegekrieche? Wenn ich jetzt trocken könnte, muss ich sagen. Das hat mich ganz klar. Ja, hier. Da kommt ein kleineser Kreuzes. Als ob sie das bräume. Und das haben wir auch so. Sontis Malerei und Koko gehen wir flassen ihren Palast hier klar wir lassen mal kurz den Weg so ach so da war doch eigentlich schön ein gewisses das hier es ist doch ehemisch erdringt oder wir können uns anzünden hallo übte da kann Augen gesehen wer bist du denn als du zufällig bürger oh hallo wir haben hier nur selten Besucher ich bin bürger und ich bin für die Heizung in diesem Palast hier verantwortlich hier ist überall Schnee bürger dann machst du meine Sache aber nicht gut es ist eiskalt ich möchte Heizkosten sparen aber so kalt war es noch nie äh könntest du vielleicht ein ich wärmer machen bürger bei dieser Eiseskälte kann ich kein Feuer machen meine inneren was meine Innereien sind komplett gefroren äh sollen wir uns das mal ansehen wir sind mittlerweile echt gute Problemlöser geworden nur zu aber fast nichts an ich habe einen sehr empfindlichen Magen ich will da nicht rein ich will da nicht rein oh ich habe alle gebraucht lecker 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 so geht um rein er da immer noch nicht rein äh was Hölle wer besucht denn wer war das in das viel zu kleine versteckte mächtigen Pressblock einzudringen geht ihr nicht dass dieser Ofen besetzt ist äh hallöchen wir sind nur die äh Zahnärzte wir wollen uns mhm wir und die Backenzähne ansehen ja hier scheint alles in Ordnung zu sein und sind ihr wollt mich aufdauen und dann meine feuchten Überreste breit aus diesem Heiz aufzehren und auf die Straße setzen ähm Prozent das fast ist ein guter Mio mhm dann werde ich euch vorher ein vorerst die Gesellen der Bereiten Prozent Boris Block die Hörniss Bauchstühlen muss auch irgendwas Prozent hallo wir können die Dinger auftauen was ist da drin das nimmt auf jeden Fall Schaden was ist der Ventilator was ist der Ventilator das ist der Ventilator oder das ist der Ventilator ha 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 wir haben wir haben das ist der Problem der Blut nur seine eigenen Musik zu zurück nicht nachdem abstand nun was sie an gerichtet haben die Schmerzen ja der Mannmann das war der Plan an warte ist ja dreimal hierher da guckst du blöde wenn man eine schiebende anderen aus hohen würde ein Schmetterling nur einen Schmetterling weil sie über die Wendt der blöde Ventilator er will und was zum Teil wie sie hinten nur ein Ausgang Schmetterlinge da im Schnellen Blinden gibt uns gar nicht wo er hat zwei Lass ein Stil und heißt nach dem Schmerz Prozent die 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 Jungen die die Jungen die 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 Jungen was soll denn damit der Udnusprinzip voll ich weiß nicht was wir damit wollen weil es der Falle mit Quatsch und sind auf jeden Fall aufgetaunt welchen Zwecker für dieser blöde Ventilator also uns konnte man gucken wie der Heist st bei Erと 4 bruder nach dem jeweils Stürze jetzt schießt er noch nur einmal da sind genau weil eben ja genau genau ja er gilt oder so wie war aber ja genau die willkommen auch weg und der Klinikum Prozent das war dann das hier und warum ich die Telekom für wieder verarschen um die Schuhe 3,1 Prozent meiner Vorhinein Morte Fax und auch liebe Telekom dann müssen die Telekom Oh, erst mal so trinken. So, jetzt rücken wir den Warfen live her. Oh, richtig. So, jetzt hier. Heike Mike, isini mal Nein, ist denn jederzeit darüber Das war MarlЮкс. buchstücken und das ist es nur für ihn wir sind nur nicht wegen zweck dieser blöde Ventilator um das ist angezündet und jetzt war er aus und kommt die sich schießt wenn er angezündet wenn man getroffen schieß uah schießt schon dreimal er bewegt sich jetzt auch viel schneller drittschuss laufen 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 erschiebt gott er lasst einen echten die eiszapfen schmelzen ja haben die würden praktisch und zwei drei jahre und er schon viel kleiner und wir haben es wird um aufwärmen ich will zurück mit die manchen und auch noch 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 gelaufen nachfüllt mehr als fast weg füllen um es ist doch also sich ich würde diesen Lamm und Bären musste glauben ja das war eine blöde Idee schnell der Freund umstehende machen das ist was kurzen und flambeeren wo schon hier alles kalt damit alles kalt haben aber gucken Flambeerenbusch aber jetzt treffen nur noch so gut erweckt das ist gleich wäre er ist gleich weg wo wir haben zu machen und dann soll es sein von der Lehne das ist schon witzig das Errungenschaften Mauer die Drei und nur in die Schrift und erheben und dann mit dem Leben in der Akku Schwer kann abgelehnt Welch trauriges Ende meiner eisigen 48 Stunden Schreckensherrschaft in diesem Ofen, sagten meine Familie, dass ich bei meiner Lieblingsbeschäftigung starb, beim Schleudern von Geschossen, auf zwei Kumpel völlig verschiedener Herkunft. Okay. So ein Ausgang? Boah, wie schockzeitig überall. Ich hab überall Fischer gestochen, ey. Äh, wo läufst du hin? Hallo? Läuft er ja alleine durch die Gegend? Äh. Oh, viel besser, ihr beiden Helden. Hab mir den Bauch schon schön aufgewärmt. Das bedeutet, dass ich den Palast wieder erwärmen kann. Achtet auf die Bodenröste. Die Thermalwärme kann hilfreich sein. Okay. Okay. Okay, 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 jetzt können wir jetzt vielleicht... So, ach, guck mal, wenn ich drinnen, ne, ne, kann ich bestimmt wieder reinlaufen. Das ist ja auch ein Feuer. Ne. Weiß immer noch nicht, welchen Blöden... Was sind wir mit, wenn ich da, wäre gar nichts, hm? Was sind die Zwecke dieser Blöden? Was sind die Atmos? Weiß es nicht. Ja, wir gehen mal hier hoch. So. Okay, aber was hat sie mir die... Äh, Thermalwärme von dem Gitterlösten aufs? Ich weiß nicht genau, hier geht es nirgendwo lang. Och, bitte nicht. Wenn ich das schon sehe, wird man schon übel. Oh, Mann. Was sind die Kamerasicht? Äh, okay. Machen wir es halt so, ne? und kommt 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 und da fast drüben hier drauf stellen wenn wir sich erst machte feisen übrigen wir haben die fliege zu über die frauen ok ok um die Hälfte nicht in der Tat besteh es nicht die Tief und sofort an mit die die Führung ab hier in der Zeit mit dir zu spielen ich bin will aber eigentlich nur darüber ich vielleicht irgendwie abschalten irgendwas ein Eiszappen die vielleicht mitmachen in die Möse über die Dinger anzünden die auch nicht welchen Zweck hat das ist es nicht und gar kein Bild und ebenso einmal springen und dann schauen sie eigentlich schon rüber nach Möhrmann ich hätte mich hat so viel über ein Stoffen die Kumpel den Blumen die Klinik und das wie geht denn da ist wie geht denn da will ich hier drauf gehen wird schon einfach er steht nicht damit die Fehlern einen probiert ich habe die Fäden eingefallen uns probiert die tun zu probieren mit langen Sprung zu müssen am Anfang der Welt und zack 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 hier noch mal wir müssen auch kommen und auch kommen die Doppelgüter verdammt Spiegel mit dem Weg mit dem Weg bringen Loka und der Berndung zu uns verließt die Söhne Milchbruch kommen noch nicht hoch so ich überlegt hatte ein bisschen mit dem neuen oder Karten einstellen wer eigentlich mal die Idee wir spielen hier nur nur auf gut zu sagen Akum die hoch da hat genau Testweise mal den Kontrollen einblenden also was ich hier drüben kann drauf viele Faxen hier die Gertanker das hat blöde Tafel Klämpenarbeiten von Tyler Borkman Rohr bedarf 100 Prozent zufrieden oder sie halten ihr Produkt zurück was sie hat die Produkte wieder das heißt ich habe keine Wahl Wiesel Wiesel jetzt beide Tore auf aber was hat für die Schwachsinn kommt scheiße rüber wir haben wir haben die Fehlern und wir sind drüben es wird ignoriert an die Uhr nein bitte nicht also wir sind wieder oh zum Glück ich dachte jetzt noch so Raum wir sind ich glaube ich werde durchgedreht die Scheiße hätten nochmal machen müssen oh krass nee 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 das ist mir heftig gewesen das ist mir echt heftig ne so um um hier oben ist aber noch um die unten die was hat es jetzt sind mit der Wärme hier auf sich hat hat das ist doch nur noch oder ab kuhl 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 kominieren bleibt mit 2200 2200 2200 jetzt kommt er auch eine Kamera vorbei aber nicht auch so blödes gibt ich weiß nur nicht wie das Prozent die letzte Rätsel an dem Raum jetzt kein einfachen Weg zurück ich will das nicht noch mal machen das ist nicht voll doof die Mühle 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 ja komm 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 meine P-Träder ach ne, hau ab da fliegt dann einer ne fliegt keiner, ok ähm Feuerwehr, Feuerwehr hey Feuerwehr habe ich gesagt ich habe gesagt Feuer so noch einmal und wieder nach oben so einen weiteren Weg zurück hier so einen weiteren Weg zurück das ist nur der Seitengang von dem was von Rextro ne oh das alter Schwede das ist so riesig hier übel 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 pass mal und ich wollte heute die Welt eigentlich nur ich wollte es fertig machen ich wollte es schnell fertig machen so wie geht es noch mal da lang geht nicht naaa nein gehen wir zurück ich hab doch gerade was gesehen hier war mir schon ne also ich hab nichts gesehen ich hab auch was gehört ne 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 findige Youtube schaue was hören was hier ließ so ein Geräusch war ne und das war unser Geräusch ne ja ich hab keine Lust zu wappen ich bin bei sowas bin ich extrem ungeduld ja komm oh hallo 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 juhu ist das laut alter hol mich doch nicht so ran sehr geil damals alles aus dem level spitze gefällt mir sehr gut gefällt mir echt gut ja kommt ah nicht gefunden oder was nicht getroffen oder was geil ich glaube im ersten level fehlt uns aber noch so einmal so jetzt bin ich mal immer auf die Steam-Dinger aufpassen also auf den Dampf weil ich mal bei Dampfen mal ein Steam-Denken muss also Steam ist ja Dampf aber wieso ich immer das eigentlich immer da im Kopf habe ich hab keine Ahnung ähm äh ein Pidgey und Wind und Wind der weg ist da in der in der A okay o A man man hat sie jedes Mal ohne die unbeleute in der Grundefallen wo die das ist ja nicht wo wo man muss die jungen liebes was da hat erlaubt auch rum zu wollen um so gut ausfahren Prozent wie die wussten die drüben den beiden Staten Achtigkeitsorten bis dahin wieder angeht auch gegen das nächste Fall einfach unter nicht auf die Plattform Fliegen runterfallen die Besserung Nürnberg die üblichste Geräuschgläser hinter mir das überhaupt nicht sagt sie allein aber das lässt sich nicht möglich ändern um Barrierefreies Boden mit Patrik Erlinde Rappen und Aufzüge wir schlagen Brücken ich dachte und Aufzüge die was macht und ich wollte ich wollte gehen machen Uwe Lund wir gucken uns erst mal um die Gitarre ist er gibt zu sparen die gibt es nicht mehr gibt was macht er Nein, ich kann ja runterfallen. Shit. Oh, okay. Die ist abgebaut. Ja. Oh, komm schon. Ah, okay, ich bin mir nicht hier, weil die alle kaputt machen müssen, aber... Okay, das geht ehrlich gesagt ziemlich doof. Oh, krass. Oh, krass. Oh, krass. Okay, das geht echt doof, da man die Ego an sich nicht nutzen kann. Ich habe immer noch mal was zu denken. Also mit Ego an sich können, das war sehr easy aber so. Glywürgen, lecker. um mit feuer ich kann und kühle und ich bin gut wir haben da so was ein wasser und peter zählte müssen was entdeckung was alle entdecker als der abdau ist was heißt der daus ihr habt es aber weit gebracht das spiel hat schon genug wortspiele danke öffnet einen käfig bekommt die schule nicht so schnell ein pc wie ich lässt sich nicht so einfach einsammeln wenn ihr euch würdig erweißen noch gott wollt müsst ihr erst meinen mega quiz knacken ich habe folgt nicht so mit dem leden ok aber deine solarium bräune reicht bei weitem noch nicht für einen showmaster aus gibt mir drei richtige antworten in folge dann öffne ich den käfig habt ihr das zeug zum sieger auch wirklich ein quiz